Ist das ekelhaft. Tja, hier leben nun mal die coolen Pizza-essenden Mutanten. Wie kann man nur inmitten von so einem Dreck Pizza essen? Der Dreck! Also gut, bringen wir es hinter uns. Wie lautet das Passwort, Kumpel? Lasst uns einfach rein. Passwort! Total verrohrt! Kommt rein! Was geht ab, Titan Bros? Hier sind also alle Pizza-Vorräte der Welt gelandet. Aber warum? Wir haben Robin von der Macht der Pizza erzählt, weil wir coole, junge, mutierte Karate-Törtel-Typen sind. Aber dann seid ihr durchgedreht und habt Pizza bestellt, bis keine mehr für uns übrig war. Wisst ihr, was wir essen mussten? Dreck? Nein, ekelhaft! Wir mussten Sandwiches essen und Sandwiches sind nicht cool. Hey, wow! Sandwiches sind total cool. Der Punkt ist, Bro, dass ihr uns die Pizza weggegessen habt und wir sie uns zurückgeholt haben. Sorry! Dann können wir jetzt nur noch eines tun. Titans, go! Es kann wohl nur ein albernes Pizza-Essen des Superhelden-Team mit dämlichen Witzen geben. Wir sind vielleicht albern und machen dämliche Witze. Aber ihr vergesst etwas. Wir rennen auch albern durch die Gegend und all sowas! Jungs, ihr Hurror ist zu albern und zu dämlich! Sie hören nicht auf, albern durch die Gegend zu rennen! Oh! Ich hab mich getäuscht, Leute. Jetzt weiß ich, dass Wahrheit und Gerechtigkeit wertlos sind ohne Pizza. Was machen wir jetzt mit den coolen Turtle-Typen? Ich hab eine echt krasse Idee. Ich hab mich getäuscht, Leute. Ich hab mich getäuscht, Leute.